In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Strings verarbeiten könnt und Informationen daraus auslöst. Am Schluss dieses Videos werdet ihr wissen, wie man sowas hier machen kann. Es erscheint ein Eingabefeld, das hatte ich euch ja schon im letzten Video gezeigt, wie das funktioniert. Dann steht da, wie heißt du, und ich trage meinen Namen ein, und dann könnt ihr nämlich am Schluss sowas hier machen, Hi-Name, in dem Fall Olli. Dein Name ist drei Buchstaben lang, d.h. ich werde euch zeigen, wie man herausfindet, wie viele Buchstaben in einem String sind, und der erste Buchstabe ist ein O, d.h. ihr werdet jetzt lernen, wie man auf einzelne Zeichen des Strings zugreifen kann. Öffnet die Konsole. Was ich im letzten Video gezeigt habe, ist, dass ihr mit der Funktion prompt ein Eingabefeld erzeugen könnt, nämlich sowas hier. Und wenn ich dort etwas eingebe, dann ist der Rückgabewert, nämlich die Eingabe, hier in der Konsole. Und dort bringt uns das nicht viel, weil wir damit nicht arbeiten können. Wir müssen den Rückgabewert irgendwie aufnehmen, damit wir den dann halt verarbeiten können. Und da habe ich euch im letzten Video gesagt, da solltet ihr mal vielleicht irgendwie drüber nachdenken und das Video von davor noch mal ansehen. Und das Video von davor war natürlich über Variablen, d.h. die Antwort ist, dass wir das hier in einer Variablen speichern können und sollten, und dadurch können wir die Eingabe dann weiterverarbeiten. Wie geht das? Der Anfang, die Deklaration der Variablen ist natürlich gleich, also var und dann irgendwie einen Variablennamen, in dem Fall name passt auch, halt wie heißt du und dann kommt halt der Name. Und dieser Variablen soll jetzt der Rückgabewert der Funktion zugewiesen werden. Und das funktioniert einfach, indem wir die Funktion dahinter schreiben. prompt wie heißt du, da wird dann jetzt der Rückgabewert in die Variable geschrieben. Also, wenn wir uns die Variable auslesen, haben wir jetzt den Rückgabewert hier zur Verfügung. Wenn wir uns das Ergebnis angucken, was am Schluss des Videos herauskommen soll, das beginnt mit high und dann der Name. Wie funktioniert das? Also, wir können natürlich ein String schreiben mit high, aber wie kriegen wir jetzt den Namen da rein? Das einfach hinterzuschreiben funktioniert nicht, das in den String zu schreiben bringt auch nichts, weil dann schreiben wir einfach Name als String, das ist dann nicht, dass der Wert der Variablen da genommen wird. Es muss also eine andere Möglichkeit geben, diesen String von name diesem String high hinten anzufügen. Und diese andere Möglichkeit gibt es natürlich und die heißt String-Verkettung. Name ist ja auch ein String, nämlich hier Olli und wir können zwei Strings einfach aneinander anhängen, indem wir das Pluszeichen verwenden. Und dann können wir so auch gleich weitermachen, nämlich der nächste Abschnitt ist, hi Olli, dein Name ist buchstabenlang. Das wissen wir noch nicht, aber wir können zumindest bis dahin den String fertigstellen. Wie geht das nun? Wie kriegen wir heraus, wie viele Buchstaben in diesem String name sind, also in dieser Variable name? Das geht ziemlich einfach. Wir nehmen einfach die Variable name, schreiben einen Punkt und da sehen wir schon, da gibt es eine Liste, die plötzlich aufploppt, vielleicht in eurem Browser nicht, aber in den meisten Browsern schon, und da gibt es auch, wenn wir L drücken, den Listeneintrag length. Was genau das für eine Liste ist und was diese einzelnen Listeneinträge zu bedeuten haben, dazu komme ich später in dieser Videoserie. Wichtig ist jetzt nur dieser length-Listeneintrag und wenn wir enter drücken, bekommen wir die Zahl 3. Und das ist die Länge des Strings, die Anzahl der Buchstaben. Hier steht nämlich Olli und das sind halt drei Buchstaben. Wenn wir einen anderen String nehmen, zum Beispiel hallo.length, bekommen wir 5, weil hallo 5 Buchstaben enthält. Das heißt, wenn wir dieses Punkt length an einen String hängen, erhalten wir die Anzahl der Buchstaben, die Länge des Strings. Wie ihr seht, sind die Werte blau, das heißt, das sind Zahlen, aber das macht nichts. Wenn wir nämlich ein String mit einer Zahl verknüpfen, dann wird diese Zahl einfach dem String hinzugefügt. Und damit können wir weitermachen. Dein Name ist drei Buchstaben lang und der erste Buchstabe ist ein und jetzt müssen wir auf die einzelnen Buchstaben des Strings zugreifen. Wie machen wir das? Im Grunde ist das auch ziemlich einfach, man muss halt nur wissen, wie es geht. Ein String ist ja, wie der Name schon sagt, eine Kette, eine Zeichenkette. Und genau so ist ein String auch intern im Computer gespeichert, nämlich als eine Kette, als eine Liste von Zeichen. Jeder Buchstabe hat seinen eigenen Platz in dieser Liste. Und um das Zeichen an einem bestimmten Platz abzufragen, muss man einfach nur den String nehmen und eckige Klammern dahinter setzen und dort den Index des jeweiligen Platzes, der jeweiligen Stelle reinschreiben. Versuchen wir das mal. Wir haben unsere Variable Name und wir wollen das erste Zeichen abfragen, den ersten Buchstaben. Das heißt, ich nehme eine eckige Klammer auf, schreibe eine 1 und eine eckige Klammer zu und drücke Enter. Und es ist ein L. Das ist eigentlich der zweite Buchstabe, nicht der erste. Was passiert denn, wenn ich hier eine 2 reinsetze? Dann bekommen wir das i, das ja der dritte, der letzte Buchstabe in dem Namen ist. Das heißt, offensichtlich muss ich unter 1 gehen, ich muss auf 0 gehen und dann bekomme ich den ersten Buchstaben. Und das ist nämlich eine ganz wichtige Lektion, die man gelernt haben muss. In der Informatik beginnt man im Grunde immer bei 0 zu zählen, nicht bei 1. Das heißt, in diesem Fall, wenn wir diesen String mit dem Inhalt String nehmen, wäre am 0. Index der Buchstabe s bei Index 1 der Buchstabe t bei 2r, 3i, 4n und 5g. Das heißt, um den ersten Buchstaben oder das erste Zeichen im String zu kriegen, muss man den Index 0 verwenden. Das können wir jetzt einsetzen und wieder zu unserem Hauptstring zurückkehren und hinschreiben, der erste Buchstabe ist ein Name, eckige Klammer auf, 0, eckige Klammer zu und Semikolon. Hi Olli, dein Name ist drei Buchstaben lang und der erste Buchstabe ist ein O. Jetzt möchte ich noch gern, dass das O in Anführungszeichen steht. Da können wir dann die einfachen Anführungszeichen nehmen. Oder wir müssen die Doppelten escapen. Das hatte ich euch ja alles schon in dem Video über Strings gezeigt. Ich nehme jetzt einfach mal einfache Anführungszeichen und füge das auch noch hier hinten an. Und jetzt steht das O auch in Anführungszeichen. Das Ganze wollen wir aber natürlich nicht einfach nur in der Konsole ausgeben, sondern in einem Dialogfenster. Deswegen nehme ich die Alert-Funktion, die ich auch im letzten Video vorgestellt habe, und setze den String in runde Klammern, drücke Enter und das ist das Ergebnis. Hi Olli, dein Name ist drei Buchstaben lang und der erste Buchstabe ist ein O. Jetzt würde ich noch einmal gerade zurückkehren, weil wir haben so viel hier in der Zwischenzeit gemacht. Und das ursprüngliche Prompt nochmal ausführen, wie heißt du. Und jetzt gebe ich mal einen anderen Namen ein. Und jetzt rufe ich nochmal das Alert auf. Und damit funktioniert das jetzt auch. Hi, anderer Name, dein Name ist zwölf Buchstaben lang und der erste Buchstabe ist ein A. Jetzt haben wir also genau das, was ich am Anfang vorgestellt habe. Ich hoffe, ihr habt das auch mit eurem Namen ausprobiert und nicht mit Olli, es sei denn, ihr heißt Olli. Was ihr auch noch machen könnt, ist, dass ihr diese Ausgabe ebenfalls in eine Variable schreibt. Das sähe dann so aus, hi name. Und dann können wir nämlich folgendes machen. Wir können da zum Beispiel schon aufhören und das Ganze aufteilen in mehrere Anweisungen. also dann käme als nächstes, dein Name ist name length buchstaben lang plusgleich. Dieses plusgleich hatte ich euch ja auch schon in dem Video über Variablen gezeigt. Und der erste Buchstabe ist ein name in eckigen Klammern 0. Und dann kann ich diese Variable output ausgeben und habe genau dasselbe, bis auf, dass ich hier das Ausrufezeichen vergessen habe und hier ein Leerzeichen. Aber ansonsten, ihr versteht das Prinzip. Spielt damit ruhig rum, lernt das Ganze kennen, probiert mit Variablen rum. Im nächsten Video werden wir auch hier sowas machen. Da zeige ich euch dann, wie ihr die Quadratzahl errechnet von einer Eingabe und wie ihr diese dann auch wieder ausgeben könnt und so weiter. Um das zu sehen, klickt hier in das große Feld in der Mitte. Oder, falls ihr dieses Video hier in einer Playlist seht, zum Beispiel bei css3html5.de, bleibt einfach dran. 5. 7. 8. 10. 11. 15. Vielen Dank.